Guten Morgen, falls ihr euch fragt, warum Dinkelacker und ich hier sitzen und nicht Kollege Nussdorfer. Wir haben uns aufgrund der Themenfrühstücks Eindrücke und der Leistung andere vor Nussdorfer gesehen. Nussi hatte am Anfang der Woche auch einen Tag im Themenfrühstück verpasst und deswegen sind jetzt einfach mal andere dran. In diesem Sinne, bis gleich. Ja, verstehe ich als Maßnahme. Ich meine, Nussi hat jederzeit die Möglichkeit, sich zu zeigen im Training, im Themenfrühstücktraining. Absolut. Deswegen, die Tür ist jetzt nicht zu. Nein. Aber man muss vielleicht auch mal deutlich reagieren. Du? Er kann sich das erarbeiten, er kann sich anbieten, aber hier gibt es auch nichts geschenkt, ne? Ja, ich meine, wir sind alle jetzt in einer Situation auch, wo Ergebnisse zählen, wo Themenfrühstücks Aufrufszahlen und Daumen irgendwo was ausmachen. Und wenn du da dann eben nicht die Leistung zeigst, wenn man da auch ganz klar sieht, das bringt nichts, dann musst du vielleicht nochmal wieder ins zweite Glied rücken. Ja, also, wie gesagt, ne? Tür ist immer offen. Kann auch jederzeit, wenn es was zu besprechen gibt, kann er sich immer melden. Klar. Aber so wie ich ihn kennengelernt habe, das muss man auch sagen, das ist jetzt nicht falsch verstanden, so wie ich ihn kennengelernt habe, wird er da jetzt auch kein, er wird jetzt nicht eingeschnappt sein oder beleidigt sein. Ich meine, es wäre komisch, wenn er nicht sauer wäre, er soll sauer sein. Klar. Das ist auch in Ordnung, das ist gewollt. Absolut, wir machen hier Leistungsthemenfrühstück, deswegen nicht. Aber so wie ich ihn kenne, wird er das sportlich nehmen und einfach eine Schippe drauflegen. So. Ja, ihr ahnt es wahrscheinlich alle, wir reden eigentlich gar nicht über den Kollegen Nussdorfer. Wobei doch schon. Nein. Sondern wollten viel mehr einleiten in vielleicht die Personalgeschichte des Wochenendes. Naby Keita, der sich 90 Minuten lang Werder Bremen gegen Borussia Dortmund von der Bank aus ansieht. Also schon wirklich. Also schon nicht so wahnsinnig, ist jetzt nichts Neues, würde ich mal sagen, dass Naby Keita jetzt 90 Minuten nicht Fußball spielt. Gut. Aber die Nummer kristallisiert sich mehr und mehr als das Gegenteil einer Erfolgsgeschichte raus. Okay. Dings gegen Frank Baumann. Ich glaube, jeder, der den Namen jetzt kennt, der weiß schon, dass es keiner ist, der, der, sagen wir mal, Gefahr läuft abzuheben. Normalerweise. Und auch da war jetzt nicht so, dass er jubelt. Er ist deutsch ruhig, würde ich auch sagen. Aber wir hatten den natürlich, wir haben den durchgecheckt und der Doc, der das für uns gemacht hat, hat nach dem Medizin-Chat gesagt, er hat noch nie einen so fitten Spieler beim Medizin-Check gehabt. Und das sei wirklich alles in Ordnung und man mache sich da überhaupt keine Gedanken, weil Naby Keita war ja nie richtig schwer verletzt. Der hatte, also vielleicht einmal, was auch wirklich längeres, aber ansonsten waren das immer eher so Kleinigkeiten. Jetzt denkt man sich, ja, das ist genau das Gleiche wie jetzt. Der hat halt dauernd immer irgendwas anderes. Ich meine, zwischendurch ein Afrika-Cup geht. Das ist kein Problem natürlich. Unglückliches Timing. Das geht natürlich, aber ansonsten fällt er ja auch dauernd mit anderen, oft sind es halt muskuläre Sachen, die dann halt nicht so wahnsinnig langwierig sind. Dann tatsächlich zweimal einfach viraler Infekt oder bakterieller Infekt, Magen, Darm. Ja, ja klar, natürlich kannst du sagen, ist jetzt auch wieder einfach nur Pech, aber wenn es sich über eine ganze Saison streckt, steckt dann vielleicht auch ein bisschen mehr dahinter. Und offenbar ist jetzt gerade der Punkt erreicht, wo auch Ole Werner die Geduld verliert. Also er wirkte schon sehr genervt. Das ist ja eine Aussage, die du gerade passiviert hast, die ist auf der Pressekonferenz gefallen. Nee, die war schon zum Kollegen Nussdorfer so gemeint. Genau, aber wo man schon gesehen hat an der Art, wie er das vorgetragen hat und wie er dabei guckt, es reicht ihm langsam. Er war nicht unglücklich über die Frage, dass er die gestellt bekommen hat, dass er da auch einfach mal Stellung zu beziehen hat. Ich habe an den Kommentaren darunter, hat man ablesen können, dass es eher untypisch ist für Ole Werner, dass er so dezidiert sich dann auch zu jemandem äußert. Und ja, auch einfach relativ klar durchblicken lässt, dass das bei Naby Keita aktuell einfach nichts ist. Also, dass er ja offenbar auch schlecht trainiert. Ja, oder gar nicht trainiert. Also genau, dass er teilweise halt nicht trainiert. Oder zu spät kommt. Und auch wenn er trainiert, offenbar nicht auf einem Level, dass es einem als Trainer das schwer macht, ihn nicht zu nominieren. Ja, und zumal ja dieses Spiel, das nun nebenbei ja wirklich alles hergegeben hat, dass man jetzt gesagt hätte, ja gut, also einen wie Naby Keita, der beim Stand von 2 zu 1 vielleicht noch irgendeine Lösung findet, der vielleicht den einen unerwarteten Pass spielt gegen dezimierte Dortmunder, also gibt der schon Einwechslungen, die liegen ferner, als genau den zu bringen. Und ich glaube gerade auch deshalb haben sich viele Bremer Journalisten dann gefragt oder generell Werder-Fans, warum der 90 Minuten auf der Bank sitzt. Aber gut, zeigt, wie ernst das Thema dann irgendwie auch ist oder wie ernst das Ole Werner damit ist. Also ich meine, ich aus Fußball-Fansicht, Bundesliga-Fansicht, finde ich es natürlich irgendwo schade, weil die Geschichte, dass Naby Keita nach Jahren bei Liverpool, wo er natürlich irgendwie wahrscheinlich als Typ gewachsen ist, wie es dann immer erzählt wird, aber sportlich jetzt nicht ganz das Level erreicht hat, was man vielleicht vorher dachte, was er erreichen könnte, dass er dann mit Absicht zwei Nummern kleiner geht, so vereinsmäßig, aber dass er im Weserstadion da irgendwie nochmal auf seine in Anführungsstrichen alten Tage, der ist ja auch nicht 35, ich glaube Ende 20, aber dass er vielleicht bei seiner letzten größeren Station nochmal den Spaß am Fußball wiederentdeckt und das Weserstadion verzaubert und Werder offensiv immer irgendwie traditionell immer interessant anzugucken und spektakulär anzugucken. Und man hatte so das Gefühl, das könnte schon total passen, dass das jetzt nicht passiert, so ein bisschen schade, finde ich es auf der anderen Seite. Werder geht es gut, auch ohne Naby Keita, das ist ja das eigentlich erstaunliche, Föhl guckt nicht mehr da, Naby Keita überhaupt nicht die Verstärkung, die man sich erhofft hatte und trotzdem spielen sie ja eine absolut, sagen wir mal, grundsolide Saison, also keinerlei Abstiegssorgen, vielleicht sogar eher den Blick nach vorne noch so ein bisschen. Mittlerweile, ja. Und deswegen, einerseits schade, andererseits, zum Glück ist es jetzt aber deswegen nicht gleich ein riesensportliches Fiasko für den Verein. Ja, stellt sich natürlich nur die Frage, wohin geht Naby Keita im Sommer. Ich persönlich sehe ihn, ich sehe ihn so bei Fenerbahce, sportlich durchaus so, dass man ihn dann zwischendurch in der Champions-League-Gruppenphase, gibt es ja demnächst nicht mehr, aber in der Champions-League-Liga-Phase, dann nochmal sieht und denkt, ah, schade, das ist bei Bremen nicht, oder? Also, nee, ich sehe Emirate, das muss, das muss, also entweder Emirate oder... Auch gar nicht die große Saudi-League, sondern es geht... Ja, schön, ich weiß nicht, ich habe Alexander Hack vielleicht da irgendwie seine Kontakte spüren, das kann Zweite-Liga, nee, oder, also ich sehe schon irgendwas in den Emiraten. Oder ich vielleicht ganz, vielleicht MLS, aber MLS ist dann doch auch vielleicht sportlich noch zu anstrengend, da sind auch so lange Reisen dabei. Wenn er jetzt schon keinen Bock mehr hat, dann sehe ich schon eher die Emirate als logischen nächsten Schritt. Oder so ein völlig überteuertes Angebot aus der Zweiten-Englischen-Liga? Nee, dafür ist die Zweite-Englische-Liga... Bulletin Wanderers, denken Sie so... Nee, aber dafür ist er auch körperlich, also wenn der Mann hat ja nun wirklich, wie viele Minuten hat er dieses Jahr Fußball gespielt oder diese Saison... Ich glaube wirklich 45. Also, lass es mal hochkommen, dann hat er vielleicht 300 Minuten Bundesliga-Fußball gespielt. Nee, so viel hat er nicht, das ist eine zweistellige Zahl. Ich habe es heute Morgen gelesen. Also, genau, also da wird jetzt kein Zweitligist in England auf die Idee kommen, dass der Mann noch wirklich helfen kann. Also gerade Zweite-Englische-Liga, wenn du da eins brauchst, dann einen robusten Körper. Und das ist ja offenbar das Hauptproblem bei Naby Keita. Aber wir haben uns jetzt ein bisschen verfranst. Ja, ein bisschen. Aber wenn wir schon bei dem Spiel sind, dann lass uns einmal kurz drüber reden. An der Stelle, Applaus, Marcel Sabitzer. Was für ein Sportsmann. Klar tritt er den Typen da von hinten in die Kniekehle, aber er akzeptiert es einfach. Also, und das finde ich, das sollte an der Stelle auch mal lobend erwähnt werden. Was für ein fairer Sportsmann, oder? Die Szene war ja tatsächlich ein kleines bisschen anders. Sabitzer trifft ihn, ich glaube, mehr so Achilles-Szenen-Bereich. Und das Interessante ist ja, er sieht die rote Karte. Er macht so. Genau, ärgert sich. Achso, er macht direkt noch, bevor die Karte gezeigt wird, weiß er es eigentlich. Er weiß schon, was los ist, sieht die rote Karte und geht vom Platz. Und man hat das Gefühl, er ist mit der Szene im Reinen. Und was aber noch während des Spiels rauskam, ist, dass Marcel Sabitzer die gleiche Szene noch mal in den Katakomben auf dem Fernseher gesehen hat und danach gedacht hat, sag mal, wollt ihr mich verarschen? Wofür kriegt denn die rote Karte? Also, ich muss auch sagen, es ist schon sehr unglücklich, weil du auch siehst, er will tatsächlich zum Ball gehen, er will, und das ist ja immer so die Abwägungsfrage, nimmt er da jetzt billigend in Kauf, dass er jemanden verletzt? Und ich finde, wenn man das Tempo nimmt und die Art, wie er ihn trifft, dann eigentlich nicht. Also, er steigt ihm ja nicht voll auf die Szene, sondern er streift ihn eher. Ist schon eher eine kannrote Karte, auch wenn es vielleicht Bremer anders sehen, aber ist eher eine kannrote Karte. Also, es gab schon deutlich klarere Sachen in den letzten Wochen. Und gerade, das sieht dann in der Rückschau vielleicht auch brutaler aus, als es in der Realgeschwindigkeit halt war. Also, er streift ihn halt leicht. Er tritt ihn nicht. Also, das ist mein Eindruck. Ich finde auch, es war schon eine harte Entscheidung. Aber gleichzeitig war sich, ich glaube, Dennis Eitikin war es, oder? Ja. Er war sich schon ja sehr, sehr schnell sehr, sehr sicher. Ja. Und ich bin schon auch Fan davon, die Reaktion der einzelnen Spieler auch so ein bisschen als Gradmesser zu nehmen. Und wenn Sabit sein Demo, der weiß es, bevor Eitikin die rote Karte zückt, weiß er, dass er jetzt vom Platz fliegt, wenn es doof läuft. Und dann ist es auch unterm Strich in Ordnung. Ja. Ich glaube auch, man kann es schon geben. Man kann es nicht mehr zurücknehmen, nachdem er sich auf dem Platz einen Meter daneben stehend dafür entschieden hat. Das stimmt. Und danach, das Spiel, was Dortmund bis dahin voll im Griff hatte, natürlich am Kippen, vor allem in der zweiten Halbzeit dann. Bremen macht ein bisschen spät. Das 2-1 hat dann auch nicht mehr so die ganz, ganz großen Gelegenheiten so. Steht dann vor einer Dortmunder Fünferkette, die es irgendwie ganz gut wegverteidigt. Also wenn man in Dortmund dann was lassen muss, dann, dass sie gegen limitierte Bundesliga-Vereine Führung über die Zeit bringen, oder? In dieser Saison. Das haben sie richtig perfektioniert in dieser Saison, oder? Absolut. Ja. Und dann geht Dortmund mit einem Sieg vorm Platz, von dem sie, glaube ich, mehr als glücklich sind, glücklich sein müssen. Du, aber in vier Wochen fragt keiner mehr. Aha, alles klar. Naja, ich meine im Endeffekt, es geht ja schon, es ist schon richtungsweisend, ob sie Vierter oder Fünfter werden, würde ich mal behaupten. Finanziell, auch was die Perspektive für Leute angeht, die man halten oder verpflichten möchte. Deswegen zählt natürlich wirklich jeder Punkt, das ist irre knapp zwischen den Dosen und Dortmund. Ein Punkt ist es jetzt wieder, ne? Und deswegen, ja, wenn du dann mit einem weniger eine ganze Halbzeit spielst, ist schon in Ordnung, dass du dich alle hinten reinstellst. Und wenn du es dann über die Zeit bringst, kann auch keiner meckern, jetzt in dem Fall. Dass es wahrscheinlich auch wieder Leute gibt, die fußballerisch jetzt nicht damit zufrieden sind, auch klar. Aber jetzt bei dem Spiel selber, erste Halbzeit war, glaube ich, also du führst, du führst 2-0. Und wenn Sablzeit nicht die rote Karte sieht, dann gehst du in die Pause und sagst so, okay, das Spiel endet 3-0. Da kann man jetzt nicht so wahnsinnig meckern. Und was vielleicht auch beisam für die Seele ist, wenn man das Tor von Sancho sieht, das sah so ein bisschen, das sah ja ein bisschen aus, wie Sancho mal Fußball gespielt hat, ne? Also, dass er an dem Gegenspieler vorbeikommt, dass er das Ding dann entspannt einschiebt, sodass es der Sancho, von dem man dann vielleicht jetzt auch die Hoffnung hat, dass es ein bisschen häufiger so aussieht und weniger so wie sonst in den Wochen davor. Aber insofern jetzt eher ein Mutmacher, das Spiel. Gut. Lass uns noch ein bisschen über andere Spiele sprechen, denn zum Beispiel im, ja? Wir müssen über das Derby reden, oder? Darauf wollte ich hinaus, weil im Titel steht ja Köln und Gladbach trennen sich unentschieden. Wem hilft der Punkt? Fragezeichen. Max? Max ist direkt beantworten. Naja, unterm Stich schon eher Gladbach, unterm Strich. Also, wenn man... Also, denen hilft es auch nicht so richtig, aber es ist halt einfach genug. Nicht so richtig, aber eine Niederlage zu Hause gegen Köln wäre, hätte jetzt schon wahrscheinlich bei dem einen oder anderen Panik ausgelöst. Und so halten sie Köln halt auf Abstand. Und nur darum geht es jetzt in der Saison, glaube ich, für Gladbach noch, dass man nicht mehr ganz unten reinrutscht. Aber, ja, also eben. Und Köln, man kann jetzt natürlich, man kann von zwei Seiten drauf gucken. Entweder sagst du, okay, wir konzentrieren uns darauf, 16. zu werden und nehmen dann in der Relegation, wie es kommt und gehen halt diesen Weg mit Selbstbewusstsein und mit Überzeugung. Warte kurz, Max. Hertha BSC, hatten die eventuell in den letzten Jahren ab und zu die Situation, wo man solche Sätze ganz gerne mal gesagt hat? Na, oder du sagst, wir wollen auf jeden Fall noch irgendwie den direkten Klassenhalt schaffen und alles, was dann ergebnistechnisch nicht dafür sorgt, dass man schnell viel aufholt, ist dann eine Enttäuschung. Ich glaube, man ist wahrscheinlich, wenn man sich anguckt, ich meine, es sind sieben Punkte zwischen 15 und 16. Deswegen sollte man aus Kölner Sicht vielleicht eher auf Mainz gucken und dann ist ein Punkt gut gemacht, weil Mainz acht Stück in München bekommt. Ein Erfolgserlebnis, wenn man auswärts in Gladbach spielt. Plötzlich hat man auch das bessere Torverhältnis. Plötzlich hat man auch das bessere Torverhältnis, genau. Und wenn man von der Seite aus anguckt, kann man, glaube ich, damit leben. Ja. Und das realistischste Szenario ist schon, dass Mainz und Köln bis zum letzten Spieltag um Platz 16 kämpfen und keiner von beiden um Platz 15. Cool. Weil dafür auch dann die Mannschaften, also ich glaube, die Mannschaften, die jetzt direkt in Reichweite, in Anführungsstrichen, sind Gladbach, Wolfsburg, bei denen man sich, so scheiße sie spielen, nicht vorstellen kann, dass sie noch so viel Vorsprung verspielen. Auch wenn die ja, wobei Wolfsburg ist noch... Weil dann irgendwann Niko Kovac doch mal entkassiert wird. Also bei Wolfsburg sehe ich es noch als realistischer, weil die ja wirklich gar nichts mehr reißen. Und ich glaube, zehn Spiele nicht gewonnen haben. Ja. Und ansonsten ist noch Bochum, bei denen man sich ja auch irgendwie sicher ist, die werden schon noch ihre drei, vier Heimspiele gewinnen. Mhm. Und dann Reich zahlt am Ende. Ja. Ja, ansonsten, das Derby hat Spaß gemacht, weil irgendwie so zwei Mannschaften aufeinander getroffen haben, deren Schwächen wunderbar zu den Stärken des anderen gepasst haben. Also Köln lädt auch so ein bisschen, finde ich, zum Toreschießen ein. Das erste Tor von Gladbach. Eieiei. Hübers, ne? Fies in die Füße gespielt. Auch die beiden Tore von Hack, ich glaube, jeweils nach einer Flanke, beziehungsweise nach einem Eckball, auch irgendwie nicht gut verteidigt, also im Vorfeld. Ja, das zweite war auf jeden Fall nach einer Ecke. Beim ersten ist, glaube ich, schon aus dem Spiel raus, vielleicht war kurz vorher eine Ecke, ich weiß nicht genau. Aber, ähm, ja, ich meine, ich würde an der Stelle mal kurz eine Lanze brechen wollen für die Kölner Innenverteidiger. Also, Hübers, klar, riesen Schnitzer ansonsten, aber schon eher auch, gehört schon in die erste Bundesliga. Und ich mag zum Beispiel auch den Schabot oder Schabott, ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht richtig, weiß einer? Schabot. Ähm, das ist so eine richtig, das ist so eine richtige Kante. Also, deswegen, äh, an den zwei jetzt insgesamt liegt es nicht, dass Köln so wahnsinnig hinten drin hängt. Ja. Und klar, in so Situationen, so Fehlpässe sind natürlich extrem bitter, hilft jetzt wahrscheinlich auch nicht unbedingt, um Selbstvertrauen aufzubauen, aber... Stimmt, aber auf der anderen Seite, man hat halt schon gesehen, Gladbach eigentlich eine Truppe, die richtig Fußball spielen kann, die auch einfach besser Fußball spielen kann als Köln. Ja. Aber auch eine Truppe, die wirklich gar keinen Bock auf Zweikämpfe hat, ne? Also, Zweikämpfe, wirklich gar kein, gar kein Interesse dran. Na, ist ja so ein bisschen was, was ich auch durch diesen Umbruch, äh, was sie sich konserviert haben, oder? Ich meine, das war ja schon, äh, ein paar Jahre so der Vorwurf, dass Gladbach eigentlich tolle Fußballer und, äh, macht Spaß, denen zuzugucken, aber auch ein bisschen charakterlose Truppe und nicht hart genug, so. Ähm, ich würde jetzt nicht sagen charakterlos, aber klar, äh, es gibt schon Mannschaften, die wahrscheinlich unangenehmer für den Gegner sind, äh, um gegen sie zu spielen. Ja. Am Ende aber ein, äh, fantastisches Derby mit sechs Toren, mit vielen Emotionen. Ja, und die Sache, die bei Gladbach ja jetzt ein bisschen auffällt, ich meine, jetzt, ich finde jetzt gegen Köln war zum Beispiel Neuhaus auch wieder mit Ball, hat Spaß gemacht zuzugucken, ich glaube, das erste bereitet er auch vor, ne? Ähm, hat dann noch die eine Aktion, wo er, äh, mit dem Doppelpass mit Jordan, den Ball dann am Ende an den Pfosten leider nur legt, aber auch, also, schönster Spielzug des Spiels wahrscheinlich, äh, diese Chance. Und er hat auch wieder, also, wo man mal gesehen hat, Alter, Neuhaus galt mal auch eine Weile als vielleicht der kommende Mann fürs Zentrum in der Nationalmannschaft, was so seine fußballerische Qualität angeht. Aber eigentlich ist das ja, im Gegensatz zu dem, was wir gerade gesagt haben, eigentlich so die Entwicklung der letzten Wochen, dass Flo Neuhaus auf einmal, äh, anfängt zu grätschen und, äh, richtig mit Ellenbogen voraus, in irgendwelche Luftduelle sich, sich zu stürzen. Also, das ist eigentlich eine der, das ist so die Gladbach-Geschichte der letzten Wochen, finde ich, was Flo Neuhaus wieder spielt und in einer Rolle spielt, äh, wo er anfängt zu kratzen und zu beißen. Ich sag dir ganz ehrlich, beim Thema, äh, Gladbach-Story der letzten Wochen, da hast du mich einfach auf den falschen Fuß, da habe ich jetzt gerade, ich kann nicht mal so viel zu sagen, was die Gladbach-Story der letzten Wochen ist. Also, wenn man mal die Feelgood-Story um Leiner, äh, außen vor lässt. Ansonsten, was man noch sagen kann, ich glaube, Robin Hack, schnellster Doppelpack nach Einwechslung in der Bundesliga-Geschichte. Ich glaube, ich meine... Max, du kannst nicht einfach irgendwelche Fantasienstatistiken aufstellen und mich danach fragend angucken nach dem Motto, und, stimmt's? Er hat innerhalb von drei Minuten, äh, nach Einwechslung, glaube ich, zwei Tore gemacht. Ähm, jetzt, er hat vier Saisontore in zwei Spielen aber nur gemacht, zweimal Doppelpack. Ansonsten kommt dann immer ziemlich viel Leerlauf. Er hätte fast sogar, äh, ein Dreierpack, äh, ein Headtrick, äh, ein Headtrick wäre es nicht ganz gewesen, aber ein Dreierpack geschnürt. Äh, hatte noch kurz vor Schluss die eine Chance, wo er von, von, von links aus, draußen quasi übers, übers, übers Tor schießt, aber, äh, schönen Schlenzer. Dann wäre er wirklich der Mann des Spiels gewesen. Ja. So viel dazu. Noch aus Kölner Sicht vielleicht eine tröstliche Sache, äh, das dritte Tor macht, Damien Downs. Downs, ja. Von dem ich, so ehrlich, so ehrlich bin ich, noch nie was gehört hatte vorher. Okay. Ich weiß nicht, der war jetzt nicht so, ich meine... Vielleicht informiert? Na, wenn es um Leute aus dem eigenen Nachwuchs geht, die gehypt werden, dann war ja nun die ganze Zeit Justin Deal Thema, aber den Mann hatte ich jetzt nicht auf dem Zettel, aber ist ja vielleicht auch im Hinblick auf die kommende Saison, wo Köln durch die Transfersperre noch ein bisschen deutlicher auf Leute aus der eigenen Jugend setzen muss. Ganz tröstlich, dass, äh, der zum ersten Mal trifft und auch gezeigt hat, dass er auf dem Level zumindest kurzfristig mithalten kann. Und was vielleicht auch, äh, oder ein bisschen Hoffnung auf die Zukunft, oder auf die ganz kurzfristige Zukunft macht, ist, dass Davy Selke vielleicht dann nächste Woche soweit ist, dass er wieder von Anfang an spielen kann. Klingt vielleicht komisch, aber wenn man sich anschaut, wer dann ansonsten, ich meine jetzt... Ein echter Stürmer schadet da schon. Ein echter Stürmer hilft schon, glaube ich. Ja, das kann man so sagen. Ansonsten noch ganz kurz, lass uns übers, äh, Wochenende, äh, streifen. Äh, die Bayern gewinnen 8-1 gegen Mainz. Ist die Meisterschaft wieder offen? Maxi Verlocke? Also, Lukas Radetzky hat gestern, glaube ich... Ist die Meisterschaft wieder offen? Maxi Verlocke? Also, Lukas Radetzky hat gestern, glaube ich, behauptet, dass die Hälfte seiner Mannschaft nicht wüsste, wie Bayern gespielt hat, als er darauf angesprochen wurde, ob man jetzt Druck verspürt. Ja, die haben auch alle, die sind alle so gestresst, die haben kaum Zeit, mal die Kicker-App zu checken, mal zu gucken, wie die Konkurrenz spielt. Aber ich fand's eine ganz, eine ganz gute Aussage. Ähm, also, ich glaube, es wird nicht mehr spannend, dafür ist auch, also, auch wenn man Leverkusen gestern gegen Wolfsburg gesehen hat, war jetzt nicht so wahnsinnig spektakulär, aber es war auch, also ich hab selten ein Spiel, was lange 1-0 steht, gesehen, was eindeutiger lief. Auch wenn es jetzt nicht alle zwei Minuten hundertprozentige Chancen waren. Natürlich, Leverkusen spielt so ein bisschen, bisschen, ja, schon langweiliger als in der Hinrunde, ein bisschen kontrollierter alles, aber nicht weniger souverän. Und ich meine, die hatten, glaube ich, 80 Prozent Ballbesitz knapp, Wolfsburg auch einer weniger, natürlich kann man sagen, ja, spielt die noch ein bisschen doller her und geht doller aufs zweite Tor, aber im Endeffekt, das war ein nie gefährdeter Heimsieg zu Null. Und so wie die Spielen, die haben halt, die haben noch kein einziges Spiel diese Saison verloren und sie müssten mal mindestens vier verlieren, damit Bayern das aufholt. Das, das wird nicht passieren, das schafft, das schafft, das schafft. 3-1-1 entschieden. Ja, aber man müsste ja, wenn Bayern alles gewinnt, mal angenommen, Bayern gewinnt jetzt jedes Spiel, dann, aber auch dann müssten sie halt dreimal verlieren wahrscheinlich oder fünfmal unentschieden spielen und das schafft nicht mal Leverkusen. Also das Ding jetzt noch herzuschenken, das schaffen sie nicht. Ich freue mich jetzt schon so sehr auf diesen Videoschnipsel am 10. Mai, wenn wir wieder drüber sprechen und dann so, die Bayern noch zwei Punkte weg, schaffen sie es? Nee, und dafür, du siehst ja auch an der Art, wie sie durchrotieren können mittlerweile auch jetzt in der Liga jetzt plötzlich Andrich wieder draußen, weil Palacios wieder da ist und allein, dass Palacios zum Beispiel wieder da ist, macht die Mannschaft in den nächsten Wochen eher prinzipiell auch wieder stärker. Ich meine, allein wie er das zweite Tor vorbereitet, das siehst du, das ist halt eine Qualität, die hat Andrich so nicht. Jetzt haben sie halt den Typen wieder drin, der höchstwahrscheinlich dann auch in den wichtigen Spielen auf dem Platz stehen wird. Der macht die Mannschaft halt auch erstmal wieder ein bisschen besser. Dann kommt Boniface ja irgendwann zurück. Da merkst du schon, dass das ein Unterschied ist in der Art, wie sie am Ende auch Chancen sich herausarbeiten, weil Boniface einfach einer ist, der im Vergleich zu Schick auch noch mehr irgendwie im 1 gegen 1 mal 1, einfach, der lässt mal einen aussteigen und dann steht er plötzlich alleine vorm Tor, das macht Schick halt so nicht. Also die werden prinzipiell ja vielleicht nochmal besser, auch wenn es gerade so wirkt, dass ein bisschen Sand im Getriebe ist, aber die werden eher noch besser und haben einen so breiten Kader, was man jetzt auch vor der Saison oder ich nicht unbedingt gedacht hätte, also ich, da wird nichts passieren. Und die Bayern, ja gut, waren halt schon die Superbayern, ne? Ja, aber da war du, aber sowas von. Also, man muss auch sagen, ich glaube, sie kriegen es 2-1 und Mainz hatte dann durchaus schon auch noch ein, zwei Gelegenheiten. Das ist dann so der Klassiker, den man sonst so aus der Kreisliga-Berichterstattung hört, wo der Trainer nach dem Spiel sagt, ey. Und dann so, ja, also gut, wir waren dann auch am Drücker und da machen wir das 2-1 und dann haben wir da so zwei, drei Chancen, wo ich sagte, da dürfen sie sich nicht beschweren, ne? Und dann weiß ich auch nicht, wie so ein Spiel am Ende ausgegangen ist. Irgendwann sagt er so, Jürgen, wie ist denn das Spiel ausgegangen? Ja, 8-1, aber wie gesagt, also wenn wir da das Ding machen, dann geht es ganz anders. Ja, ganz so war es vielleicht jetzt nicht. Also war schon eine relativ eindeutige Nummer, Harry Kane in Harry Kane-Superform. Ich meine, von der Sorte Spieler hat er auch in der Hinrunde ein paar rausgehauen. Wo er eben nicht nur drei Hütten macht, sondern auch noch drei Großschriften vorlegt. Okay, das wird so super, wenn der am 34. Spieltag die Torjägerkanone da mit 45 Treffern bekommt und er sich davon exakt gar nichts kaufen kann. Äh, ja. Naja, Champions League. Champions League hat er ja noch, aber in der Bundesliga eben wird es nicht reichen. Max, guter Themenübergang, Champions League. Ich habe gestern mit viel Freude das mit Spannung erwartete Topspiel zwischen Manchester City und Liverpool geschaut. Und auch wenn Liverpool gar nicht in der Champions League mitspielt, sondern in der Europa League, habe ich mir danach gedacht, wie kann jemand ernsthaft behaupten, der dieses Spiel gesehen hat, dass die Bayern eine Chance in der Champions League haben. Ja, jedes Spiel ist anders. Ich habe so das Gefühl, bei Manchester City und Liverpool, so wie du das gerade mit Gladbach gegen Köln gesagt hast, dass die von den Stärken und Schwächen so zueinander passen. Ich will jetzt nicht sagen, die beiden haben ja nicht die irre großen Schwächen, aber irgendwie, immer wenn die gegeneinander spielen, ist es ja nochmal extra spektakulär. Ist auch nochmal was anderes, als wenn jetzt Manchester City gegen Bayern spielt, finde ich. Dann sind das einfach andere Fußballspiele. Und beim Liverpool gegen Manchester City ist das auch immer, also einerseits von der Qualität der einzelnen Spieler ist das halt so das Top-Level, was man im Fußball aktuell bekommt und gleichzeitig ist das aber auch, trotzdem ist es immer so wild. Also einerseits sind alle so perfekt technisch, dass eigentlich kaum Fehler passieren und gleichzeitig sind es trotzdem aber, wild ist auch das falsche Wort, aber so unfassbar intensive Spiele und es geht halt trotzdem rauf und runter. Aber nicht, weil irgendjemand wild ist, sondern einfach, weil beide Seiten mit Ball so unfassbar gut sind. Ja, und aus jeder Situation kann halt was entstehen. Und vor allem, also krass ist es ja, wenn du wie ich vorher Hertha geguckt hast. Also wenn du direkt vorher Hertha geguckt hast und dann dieses Spiel siehst, dann ist es schon unglaublich, dass das als gleiche Sportart irgendwie durchgeht. Und wenn du dann halt siehst, wie Liverpool, auch mit irgendwelchen Typen, ich meine, da standen drei Leute auf dem Platz, die habe ich noch nie Fußballspielen sehen, kenn ich gar nicht. Irgendwelche, also die Typen, die jetzt so in den letzten Wochen von Klopp immer mehr reingeworfen wurden, einfach auch, weil viele Leute verletzt fehlen. Ja, wobei man schon sagen muss, Max, Wichel van Dijk spielt ja schon ein paar Tage. Ja, Wichel van Dijk, ja gut, aber war mir jetzt neu. Aber nein, aber auch so Leute, die du halt vorher jetzt nicht unbedingt auf dem Zettel hattest, wie die unter höchstem Druck von hinten Bälle rausspielen. Das ist komplett Wahnsinn. Und dann aber auch die Sechser in der Lage sind, auch einen Endo oder in der Lage sind, mit Druck den Ball irgendwie zu verarbeiten und dafür zu sorgen, dass ein kontrollierter Angriff daraus entsteht. Wenn du das dann vergleichst mit Hertha, die von einem Zweitliga-Verein wie St. Pauli gepresst werden und eigentlich, du kannst froh sein, wenn der Ball im Aus landet und nicht direkt in den Füßen vom Gegner. So, wenn die versuchen, was zu klären. Das ist schon unfassbar. Und klar, macht so, also das ist ein Fußballspiel gewesen, da fiel es einem mal nicht schwer, das Handy einfach nebendran liegen zu lassen. Und es war tatsächlich bei mir so, kurzer Ausflug ins Private, dass ich mir die ganze Zeit ein Brot im Ofen machen wollte. Brot im Ofen? Also ich esse sehr gerne... Pizza? Meinst du also so ein Brot mit so Tomaten drauf? Nee, von einer gewissen Supermarktkette gibt es so Oliven-Baguettes. Also so ein Baguette mit Oliven. Und das reißt du dir auf und dann geht das für eine Viertelstunde in den Ofen und danach hast du so ein schönes... So ein Ciabatta. So ein Ciabatta-Brot. Okay. Und dann habe ich mir vielleicht auch noch so eine kleine Packung Hummus gekauft und dann dachte ich so, oh, da kann man schön ein bisschen dippen und ein bisschen essen. Und ich dachte die ganze Zeit, weil ich habe erst ein bisschen schlecht geplant von mir, muss ich zugeben, aber ich habe erst so nach einer Viertelstunde des Spiels gemerkt, ah, ich bekomme langsam Hunger, jetzt mache ich mir das gleich mal. Und ich wusste aber, ich muss in die Küche, ich muss den Ofen anstellen, vorheizen, dann muss ich wieder dorthin. Vorheizen? Ja, ja, muss wieder dahin. Es ist ja so, es steht ja so auf der Verpackungsanleitung. War es tiefgefrorenes Brot? Nein. Aber Max... Also du musst doch, wenn es nicht mal tiefgefroren war, muss doch nicht vorheizen. Wenn das da so draufsteht, dann mache ich das. Dein Herd etwa keine Coolstart-Funktion? Dein Ofen? Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Bestimmt. Und ich wusste, okay, ich muss mindestens einmal hin, Ofen anmachen, dann zurück, Spiel weiter gucken, dann so nach drei bis vier Minuten, lass es am Ende sechs sein, wieder hin, Ofen aufmachen, Brot rein, dann wieder ins Wohnzimmer, dann gucken, dann den Moment abpassen, dann Brot raus und ich wollte aber möglichst wenig von diesem Spiel verpassen. Du hast dich unter dem Strich dagegen entschieden. Ja, ich habe mich... Erst in der Halbzeit. Erst in der Halbzeitpause. Aber das hat natürlich auch nicht gepasst, weil Brot braucht 15 oder zwölf Minuten plus Vorheizphase. Das heißt, ich wusste, auch da werde ich was verpassen. Und was verpasse ich? Die Situation vor dem Elfmeter. Ja, man hat wieder alles falsch gemacht. Ja, natürlich. Aber, und dann hat es auch nicht geschmeckt wahrscheinlich. Doch, war super. War super. Kann ich nur empfehlen. Ja, für Arsenal, perfektes Ergebnis. Auch weil Kai Havertz kurz vor Schluss trifft. Das darf man nicht außen vor lassen. Genau, Arsenal springt dadurch wegen besserem Torverhältnis auch an Liverpool vorbei, auf die Tabellenspitze und an City auch. City jetzt einen Punkt hinten dran. Spielen aber demnächst gegeneinander. Ich glaube, City jetzt als nächstes gegen Newcastle und dann gegen Arsenal. Aber erst in drei, zweieinhalb Wochen, weil da Zwischenländerspielpause ist. Genau, Arsenal-Liverpool war schon das Rückspiel. Ihr habt mit der Arsenal zu Hause gewonnen. Genau, also da wird sich eine Menge... Aber ich meine, die Meisterschaft entscheidet sich am Ende wahrscheinlich bei den ganzen Spielen, die diese Teams jetzt noch vor der Brust haben, die sie eigentlich gewinnen müssen. Also es wird wahrscheinlich derjenige Meister, der am wenigsten patzt. Und bei Arsenal, das soll nicht untergehen. Die sind im neuen Jahr in absolut mördermäßiger Verfassung. Ich meine, jetzt war es zum ersten Mal knapp, aber davor die Wochen haben sie ja eigentlich alles... Haben sie ja wirklich alles zu Klump geschossen in der Liga. Und Kai Havertz. Ich bin ganz ehrlich, ich hätte es jetzt vor ein paar Monaten, habe ich selber nicht mehr daran geglaubt. Ich habe ja relativ viel Asene geguckt und Marc Asene und wie er in den ersten Monaten gespielt hat. Und ich meine, das ist jetzt nicht so, dass er grundsätzlich völlig anders spielt, aber aktuell trifft er halt ziemlich häufig. Und jetzt zum ersten Mal auch, nicht zum ersten Mal, aber jetzt mal auch ein extrem wichtiges Tor. Jetzt nicht das 4 zu 0 beim Auswärts 6 zu 0 Erfolg gegen Brentford, sondern, beziehungsweise Brentford, aber halt einfach mal ein sehr, sehr wichtiges 2 zu 1. Und wenn man danach sich die Reaktion so reinzieht, auch von Asene, Fan-Twitter und den einschlägigen Zeitungen, hat man so das Gefühl, okay, Kai Havertz, er findet sich gerade in England nochmal neu. Ich meine, er hatte jetzt auch nicht den allerbesten Ruf aus seiner Chelsea-Zeit. Er galt immer so ein bisschen auch als ewiges Talent, würde ich sagen. Und er macht gerade irgendwie so einen Schritt raus aus dem Schatten. Und galt vor ein paar Monaten, war es glaube ich schon eher so, dass man ihn eher so Richtung Flop angefangen hat einzusortieren. Und jetzt plötzlich sagt man, oh, okay, Kai Havertz ist ja auch auf Premier League-Niveau ein extrem, extrem guter Spieler. Ja, freue ich mich extrem drauf, ihn als Linksverteidiger bei der ER zu sehen. Das wird bestimmt super toll, dass er sich da in den Vordergrund spielt. Meine Sorge ist, dass er deswegen jetzt plötzlich seinen Status als Nummer 9 bei Deutschland untermauert. Weil das würde ich, unabhängig davon, was gerade bei Arsenal passiert, nicht so gerne sehen. Ansonsten ist mir gerade noch aufgefallen, auch irgendwie bittere Zeiten für Arsenal Fan-TV, ne? Also wenn es so gut läuft. Wir hatten wirklich so goldene Zeiten vor so sieben, acht Jahren, wo man wirklich da braucht, da war das Format einfach perfekt. Man wollte sich nur vor das Stadion stellen, Kamera, Mikrofon an und dann einfach erzählen lassen. Keine Fragen stellen, einfach nur sagen, und, wie war's? Und dann war gut gewesen. Und jetzt muss man sich richtig wahrscheinlich was einfallen lassen. Und trotzdem, die Aufrufzahlen gehen komplett in den Keller. Keiner will es mehr sehen, wie sich Menschen aufregen, weil es regt sich keiner auf. Verdammt nochmal. Mich würde immer interessieren, was die mittlerweile so machen. Ach, die schwärmen. Ja? Ich weiß nicht, ich gucke es nicht. Wäre geil, wenn sie sich trotzdem weiter aufregen würden, ne? So eine Scheiße. Naja, gut. Ich meine, es gibt ja trotzdem auch jetzt dieses Mal Torwart gepatzt. Es gibt ja trotzdem noch genug Gelegenheiten, nochmal raufzuhauen. Stimmt. Weil es uns an Themen nicht mangelt, würde ich sagen, wir kommen so langsam zum Ende dieser Sendung. Wollen aber noch schnell ein, zwei Hausmitteilungen rausgeben. Da wären unter anderem, war okay, Kollege Krupper nimmt das Mikrofon schon in die Hand. Dann löst mich doch schnell ab und erzähl uns, was es noch Wichtiges gibt. Mach ruhig. Also du kannst es gerne. Ich weiß es nicht. Ach so. Gut, dann sage ich es dir. Und zwar das Tippspiel wollen wir einmal auflösen. Und Tobi, der schon so oft gescholtene Nussdorfer in dieser Sendung, muss noch einen einstecken. Du hast ihn vernichtend hingerichtet, könnte man fast sagen. 11 zu 6. Ich habe es gerade schon im Vorgespräch, als ich einen kurzen Blick drauf erhascht habe, habe ich mir gedacht, klar gegen Nussdorfer, da kannst du dann mal hier so einen Kantersieg raushauen. Ja, das wäre mit dir natürlich ganz anders gewesen. Hoffen wir, dass es am Ende der Woche wieder zum, kann man sagen, Gigantenduell kommt. Weiß ich gar nicht genau, aber 1-1 offenbar Ergebnistipp richtig, 2-1 Freiburg-Ergebnistipp richtig. Naja, auch mit den einfachen Dingen. Gut, dass ich ein 8-1 gegen Mainz nicht vorhergesagt habe, auch für mich ein bisschen enttäuscht. Aber Tendenz. Immerhin. Gut. Ja, geil, hättest du da die Tordifferenz richtig gehabt. Gibt ja bei uns keine Punkte. Ja, das ist sowieso ein Skandal. Und dann müssen wir noch, oder wollen wir auf einen kurzen Blick in eure Einsendung werfen. Da passt ja auch schon wieder alles. Da hätte ich jetzt aber auch Lust drauf. Das ist ein geiles Bild, ne? Aus der Wiener Stadtliga hat uns Martin geschickt. Er schreibt, dass er durch Mia und Luis auf die Futbology-App aufmerksam geworden ist. Und die hat ihn offenbar dahin geführt. Und jetzt die einzige traurige Nachricht davon, ihm haben 30 Cent für den Ketchup gefehlt. Oh nein. Was? Und dann, welcher härtlose Mensch betreibt das Kiosk dort? Aber wirklich. Oder den Imbissstand? Ja. Weil die Pommes ja echt einfach richtig gut aussehen. Die sehen gut aus, ja. Also Martin, falls du zuschaust, wir senden dir gerne ein bisschen Ketchup. Mit dem Umschlag. Juti. Also ansonsten würde ich sagen, die Nummer, die kriegt ihr jetzt mal hässlich einfach so eingeblendet. 07 0 9 2 4 6 6 7 7. Da könnt ihr gerne noch Bilder schicken. In den kommenden Tagen werden wir da noch drauf eingehen, auf all eure Einsendungen, die wir da bekommen haben. Und auf die zweite Liga, genau, das ist an der Stelle auch gesagt. Ich meine, gibt es ja auch wieder mordsmäßig viel zu besprechen. St. Pauli ist mehr oder weniger durch. Schalke. Keine Ahnung. Lautern gewinnt ein völlig wildes Spiel. Jetzt ist plötzlich Ragnar Ache wieder der beste Spieler der Liga. Da gibt es ja auch immer so, da gibt es ja immerhin so Wellen. Erst war es Hartl, dann waren mal ganz kurz die, dann waren die Rehse-Festspiele. Dann jetzt Ragnar Ache plötzlich der beste Spieler der Liga. Und ja, darauf, ich meine, Stuttgart könnte man eigentlich, müsste man eigentlich eine eigene Sendung noch drüber machen. Die habe ich am Freitag teilweise gegen Union gesehen, wo du dich echt fragst, wie kann, wow. Also einfach wow. Unfassbar. Wie die Fußball spielen. So, aber da nehme ich so mit. Aber ganz kurz noch eine Antwort, die wir euch quasi schuldig sind. Ja. Denn das finde ich wirklich faszinierend. In der Community wurde gefragt, Ofen vorheizen, ja oder nein? Nein. Ich glaube, sowas habe ich, das habe ich wirklich noch nicht erlebt. Das ist eine Themenfrühstückspremiere. Es gibt keine einzige Ja-Stimme. Umfrage beendet, 189 Stimmen. Und weil es nicht, also weil es ungerade ist, kommen wir zu einem Ergebnis. Überflüssig 50 Prozent. Okay. Immer 49 Prozent. Also, es geht nicht. Es geht nicht, aber es ist halt, es ist eine Stimme Differenz. Aber ich meine, das Ergebnis stimmt natürlich. Gut, klar. Das ist natürlich bestärkt. Es ist einfach völlig überflüssig. Nee, klar. Dann haben wir das ja auch. Haben wir das auch geklärt? Wisst ihr Bescheid? Also, wir sehen uns morgen hier wieder. Dann mit vorgeheiztem Ofen. Eventuell. Nein, eben nicht. Also, dann wäre ich nur über meinen verrotteten Kadaver. Ofen vorheizender. Bei dir ist es dann eher der kalte Kadaver, ne? Egal. Bevor das hier noch pietätlos wird, machen wir lieber Schluss und entlassen euch in die Woche. Und wir sehen uns morgen hier wieder. Also, bis dahin. Tschüssi. 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 Untertitelung des ZDF, 2020